So, wir kommen natürlich ein bisschen zu spät. Es könnte noch ganz knapp was werden. Ja, die Frage ist, wie viele da schon sind, aber ich glaube, da sind ein paar. Und da gibt es ein Gefecht. Ich würde jetzt abzunehmen, wenn man hier auch ein roter... Ja, ich auch. Komische Weile. Sie haben einen abtrünnigen Agenten neutralisiert. Schießen die jetzt auch auf uns? Hä, ich bin fast tot. Von wem, von wem? Ich bin tot. Oh, ich auch, ich auch. Hilfe! Das gibt's doch! Ich verstehe aber nicht, warum wir auch als roter markiert werden, wenn wir hier als roter... Ach, der hat uns jetzt getötet. Ich raps auch nicht. Alter, vor allem sind da natürlich jetzt alle anderen auf uns draufgegangen. Alter, das ist... Hä? Und die sind jetzt keine roten. Ich verstehe es irgendwie nicht. Wir haben doch eigentlich... Naja. Keine Ahnung. Äh... Wenn die letzten Getötet werden, verlieren sie... Ja, vermachen wir uns. Sie müssen die Leute zurückgehen und die Reaktion zurückzuholen. Aber sie müssen schnell sein. Ja, die stehlen die doch sofort. Da ist doch egal, wie schnell oder wie langsam wir sind. Okay. Bestätigt. Abtrennigen-Status nicht länger aktiv. Hm. Bist du jetzt woanders gestartet? Äh, nicht als Schüsse. Ich glaub schon. Ja, ich latsch mal wieder da rüber. Hm. Also was wir da jetzt am Ende so groß falsch gemacht haben, verstehe ich noch nicht gut. Das eine war, wir waren dann zu offen und haben uns abballern gelassen. Äh. Allerdings... Weiß ich nicht, warum wir überhaupt negativ geworden sind. Agent, ich lehre mich ihrer Position. Okay. Ich will aber nicht so ganz verstehen. Eine andere Gruppe wird... Hier geht's ja. Ach so, wahrscheinlich kannst du jetzt die Leute umringen, falls du das Zeug von denen haben willst. Sollen wir das mal versuchen? Die beiden da. Ich glaub, das ist nicht so gut. Ich weiß nicht... Ähm, ne... Ne, was... Ne... Ja, da hinten hat auch nix. Der will sich schon vielleicht anspüßen. Wenn er nichts hat. Wenn er uns soweit denkt. Ach du, Otto, wir warten einfach mal ein bisschen. Ja, wenn die das in der Mitte hinhängen, können wir die abklagen. Nein! Warst du das? Nein. Irgendwas schießt da. Guck mal da. Der ist jetzt... Da hinten gibt's Rode. Ach, ich glaub, wir haben aus Versehen auf den Verwundeten geschossen. Und nicht auf... Ja, glaub ich auch. Ah, das heißt, die snipen da hinten in der Butze? Ich seh die nicht. Die sind hinten... ...da drüben im Haus. Und snipen. Ah, da hinten ist auch der mit dem Roter. Ah, ne, der ist da drin. So, die feigen Säule verstecken sie jetzt natürlich. Wir können ja auch mal rüber gehen. Ups. Ich bin rot, oder? Ich weiß es nicht. Die schießen immer noch auf mich. Boah, ich bin fast rot. Ich hab da drüben einen gleich down. Der... Guck mal, der da drüben ist... Oh, 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 oh. Woher haben die ihre Snipers, die Frage? Schwie ist es nicht. Komm, lass gehen wir mal da hoch. Boah, wer hat mich denn da jetzt getroffen? Da unten steht noch einer. So. Unten links, 07er Level. Enerjix. Wo bist du denn? Oh. Ich hab grad voll ne Granate gefressen. Ich steh da vorne, direkt unter denen. Das ist nicht so schlau, weil da hinten noch Enerjix ist. Ja, genau auf dem will ich erschießen. Okay. Boah, der ging hier aber ordentlich. Da oben im Haus ist noch Epigrammix. Eine Maschine ist im Anzug auf ihre Position. Ah, guck mal, der kommt da runter, der kommt da runter. Lass den mal abschließen. Ah ja, da hinten. Der ist fast tot. Ich schneid ihm von vorne den Weg ab. Der rennt da eh ne Sackgatze. Ein abtrünniger Agent wurde neutralisiert. So. Gut. Den haben jetzt alle gejagt oder wie? Ja. Ach, und ich hab nicht mal so nen Beutel bekommen, so nen schicken. Ja. Aus irgendeinem Grund. Hast du einen? Ja. Hm. Gut, dann müssen wir einfach warten, bis einer wieder loslegt. Anstatt selber auf unschuldige Bürger zu schießen. Ja gut, das heißt unschuldige Bürger. Hm. Wie lange denn noch? Ah, bin ich nicht. Hab ich ne Sniper? Okay. Wobei die wahrscheinlich mit dem Karabiner geschossen haben, oder? Ja. Äh. Weiß ich nicht. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall mal auf die Bergung. Beginn Paketabholung. Warte mal, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm hinter, komm hinter, 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 hinter. Andere Richtung. 90 Grad, ja. Der schießt auch nicht. Kraft nicht, Kraft nicht, Kraft nicht. Nee. Ach, die Scheiße. Ja, die sind... Warte, 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 warte. Ich muss den grad mal umbringen, sonst bin ich weg. Ach, zu essen, ey. Sondern wenn die die Dinger dann wegbringen, wenn die einen mal wegfliegen sollen. So, jetzt haben wir noch einen da hinten. Ich bin halt nicht einfach dran. Äh. So. Bin ich jetzt allein gegen zwei? Sehe ich das richtig? Oder habe ich hier irgendwo noch... Kannst du gut sein? Nee, nee, nee. Zwei zu zwei. Lebst du noch? Ich leb noch, ja. Du packst die, oder? Was? Ich seh da auch grünes Loot. Auf der Karte, das ist ganz in deine Nähe. Okay, dann geh ich da erstmal hin. Die haben sich irgendwie verkrochen. Stimmt, da unten. Hol ich mir das schon mal. Von wo, von wo, von wo? Da hinten ist er wieder. Ach was. Der Bastard. So. Er ist tot, oder? Ja. Und dann gibt's dann wieder Loot? Ah. Jetzt hat der das eingesammelt. Okay. Okay. Na ja. Gut, was soll's. Ja, ich glaube es geht halt hier echt nur ums Gutes bei so einer Art Capture the Flag. Ja. Messiger Spielmodus. Kann ich grad ne Bergung? Ah ja, ich fordere grad ne Bergung ein. Ah. Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. Gut. Eigentlich. Wollte ich ja mal in ein paar Mal schauen. Ach, okay. Dadurch, dass ich jetzt abgefeuert hab, sagt das natürlich allen anderen. Hier steht jetzt einer, der Loot hat, und den können sie jetzt umbringen, wenn sie gut sind. Und dann kann man wahrscheinlich auch als Abtrünniger, äh, abgeben. Ah. Würde ich jetzt mal annehmen, dass das so ist. Könnte sein. Kann man eigentlich auf die Zieloptik schauen? Äh, keine Ahnung wie, aber wahrscheinlich schon. Ich will da jetzt mal nicht so offen, also, ich weiß nicht, kannst du gerne machen, aber ich stehe jetzt mal hier nicht so offen rum. Oh, ich stehe da gerade nur rum, äh. Ich stehe lieber mal hinter ein bisschen Beton. Das ist mir lieber. Weil die anderen stehen auch alle so versteckt. Ist natürlich die Frage, ob sie genauso vorsichtig sind wie ich, oder ob sie in Angriff starten wollen. Der stellt schon mal ein Autogeschütz da hinten hin und das gefällt mir nicht. Oh, wo denn? Da hinten bei den Containern. Vielleicht macht das auch nur zum Schutz, aber. Da zielt schon auf mich. Wo? Wer? Da hinten bei den Containern. Aber ich geh jetzt trotzdem mal hin. Guck. Ah, okay. Ich hab sie dran. Haha, haha. 15 Sekunden. So. Ha. Da schießt doch einer. Das ist der Typ. Aber ich weiß noch nicht, auf wen er schießt. Aber der schießt, der schießt einfach irgendwo in die Luft. Na, da hinten. Sind doch zwei Lilane. Aber ich weiß nicht, ob wir die abschießen können. Die werden, die werden wir nicht als, die werden wir nicht als böse markiert. Die Abholung erfolgreich beendet. Das sind quasi NPCs. Das sind einfach NPCs. Okay. Verstehe. Was? Ich hab einen Ausversehen abgeschossen. In rot. Scheiße, das wollte ich doch gar nicht. Ein Mitglied ihres Teams hat sich aus der Division-Bindung gelöst. Ihr Team ist jetzt als abtrünnig gekennzeichnet. Das gibt's doch nicht. Das wollte ich gar nicht. Lasst mich doch in Ruhe. Ich hab versteuert, ey. Jetzt bin ich gestorben. Nein. Ich bin abgehauen. Aber. Ach, ich stehe. Oh, ich bin gestorben hier. Ach, ich bin gestorben hier. So, dieses abtrünnige. Das sind die Schlossagenten. Können die Dark Zone nicht verlassen. Die jagen mich jetzt bestimmt bald. Sie haben noch 60 Sekunden Zeit, mich umzubringen. Ich bin mal gespannt, ob ich das überlebe. Ich darf jetzt halt auch theoretisch auf keinen anderen schießen, weil sonst erhöht sich diese Zeit ja schon wieder. Ähm. Wie man vorhin gesehen hat. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich passiv noch 45 Sekunden durchhalten. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass das funktioniert. Es sei noch 35. Du bist. Naja, lebst jetzt oder auch. Dann bin ich mal gespannt, ob man dafür dann auch, ähm, EP kriegt, wenn man das abschließt. Einen Abglied ihres Teams hat sich von der Division gelöst. Ihr Team ist jetzt abtrünnig gekennzeichnet. Ey, du darfst mir jetzt theoretisch umbringen, aber das macht's ja nicht. Nein. Ähm, 10 Sekunden. Sie haben überlebt. 90 habe ich gekriegt. Ah, ok. Auf Tab kannst du also heranzoomen. Also schaust wahrscheinlich. Ja, auf Tab kannst du durch die Zieloptik schauen. Ah, ja, ok. Wenn man schon anvisiert hat. Gut. Yeah, ich habe eine Abtrünnigkeit überlebt. Das ist... 90R. Wahrscheinlich die Währung hier. Schätze ich mal. Oder doch für die EP. Ich weiß nicht genau. Warst du das? Ja, ich habe nur so testweise auf die Wand geschossen. Ah, da drüben wird geballert. Der Typ ist aber irgendwie verletzt. Jaja. Ah ne, hier ist ein NPC. Wo? Hier, wo ich stehe. Oh. Nein, da hinten. Achtung. 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 Oh Mann. Salud. Gibt da noch wer? Das ist... Achtung. Da ist einer mit dem Basie. Hilfe. Ich weiß nicht wie ich zu dir komme. Gibt es denn noch? So. Wo bist du denn? Egal. Hat sich eh erledigt. Da hinten. Ich habe mich schon. Befreit da. Ach, das ist ein Beutel? Der Typ hier. Bitte? Ah, ne. Hm. Ne, ne. Die picken jetzt so einen komischen Beutel ist die Frage. Vielleicht nicht von so einem normalen. Standard. Heinz. Das ist aber cool wie hier der Traum. So. Keine Ahnung ob das hier irgendeiner Form hilft was wir machen. Äh. Ich glaube hier geht eh nix mehr. Nein. Ich glaube auch nicht. Lass mal rausgehen. Ja. Ja. Gute Stichwort. Hier ist auch wieder so eine... Bitte? Schone da. Hier ist wieder so eine... Kontaminierte Zone. Ok. Mal schauen ob man da was machen kann. Ich mein viel war ja Level 10. Ich bin jetzt schon Level 5. Ah hier ist ne Kiste. Wird bei mir grad 5 oder 7 angezeigt? Bei dir? Ja. 7. Ah ok. Dann zeigen die nicht das... Deadzone Level. Deadzone Level. Sondern das normale ja. Ja. Irgendwie war hier... Halt da hin. Halt da hin. Guck mal da. Waren noch 2 Feinde markiert. Also bei mir zumindest. Gehen wir doch da mal hin. Hey wo kommen wir hier raus? Hier hierher. Achso ich dachte da gibt es noch vielleicht irgendwo einen kleinen... Aufgang. Äh jetzt sind die aber wieder... Jetzt sind die... Weg. Rot. Von der Map. Shit. Ah ne das... Ja dann gehen wir da mal hin. Da wird bestimmt gleich wieder einer Stress schieben. Und dann... Greifen wir ein. So... Hebt den Kratzen von 3 gelarcht oder nicht? Ich raff es gerade auch nicht. Komisch. Hm. Jetzt ist da hinten ne Bergung. Warte mal ich markier's mal auf dir ne? Gute Idee. Ich geh mal wieder nach vorne. Ich glaube das war... Oder ich hoffe es war richtiger. Ja dieses wird ne ganz auf der Karte angezeigt so Zeugst. Ah hier werden mir überall Feinde angezeigt. Hier in dem Gebäude wo ich drin bin. Hier sind glaub ich überall Feinde. Oh ja da wird jetzt grad ganz viel angezeigt. Hier bei der Dark Zone. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Warnung. Betreten eines kontaminierten Gebiets. Ne ich seh die grad bei dir alle. Aber ich weiß noch nicht wie ich da wieder hinkomme zu dir. Ne irgendwie sind die bei mir wieder alle weg. Sie verlassen das kontaminierte Gebiets. Ich geh da jetzt mal hoch. Wo bist du denn? Ähm. Ich seh da oben noch ganz viele Feinde. Ne. Ähm. Bin jetzt auch so im Haus. Ah. Ich nähere mich ihrer Position. Ah das ist schon eine ganze Gruppe die da... Oh scheiße. Ich bin da reingelatscht. Die haben mich gesehen. Scheiße. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich komm vergiss es. Ja die haben mich gesehen. Ich bin einmal zu weit vor gelatscht. Äh ich schau mal ob jetzt euch da irgendwo rauskommen. Oh scheiße. Alter da waren 4 oder 5 Stück auf einmal. Oh ich bin fast tot. Ich bin tot. Nein das ist doch teuer. Ja. Der NPC hat mir so viel Schaden gemacht. Kacke. Gut das war jetzt aber auch doof. Ja. Bin da einfach mal zu weit reingelatscht. Ich meine auch so hätte ich da nicht angreifen können. 15 Sekunden. Ah ein 4er-Truck war hier halt echt ganz gut. Bitte? Ein 4er-Truck war hier jetzt halt echt ganz gut. Ja. Das stimmt allerdings. Ähm. Wir könnten auch mal die Unterwelt ein bisschen erkunden. Kann mir da was beim Händler kaufen. So eine... Rot-Lympel. Aber da hab ich echt gesagt. Boah jetzt waren wir schon wieder 3 Feinde. Dass sie kommen. Umgezeigt. Jetzt nicht mehr. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet.